Wir waren vorher noch nie auf dem CIO und das war dieses Jahr echt besonders für uns, weil man hat das immer nur im Fernsehen gesehen, aber wenn man dann mal wirklich da ist, ist es einfach noch mal viel besser. Ich war voll überrascht, als ich diese Nachricht gesehen habe, weil eigentlich wollten wir da in Urlaub fahren, aber natürlich haben wir das sofort umgebucht, weil das ist ja einfach ein einmaliges Erlebnis. Und ja, ich war dann von Anfang an, als ich die Nachricht gesehen habe, war ich einfach nur noch total aufgeregt. Ich fand es auch schön, wie so eine kleine Belohnung für die ganze Arbeit, die man dann jetzt schon seit anderthalb Jahren da reingesteckt hatte. Hat einen auch noch mal ein bisschen motiviert, für die Zukunft was zu machen, ne? Ja. Und wir hatten mal ein bisschen Sorge, dass wir gedacht hätten, wir müssten irgendwie ein Interview dann vorne halten. Ja, vor allem Menschen, da war die Schüsse, ja. Ich finde das halt einfach so toll, dass es nicht nur Sport ist und ja, dass man da auch shoppen kann und so. Und dass man auch einfach verschiedene Sachen sehen kann, zum Beispiel auch mit der Pferdensymphonie. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Das ist einfach so schön, was die alles so vorbereiten. Und ja, also ich kann echt nur sagen, dass es richtig gut ist. Und ja, wie gesagt, das mit dem Shoppen ist natürlich auch so cool, dass da wirklich so viel Auswahl auch ist. Und ja, das ist halt so ganz besonders, finde ich, an CIO. Das ist halt so voll. Bis zum nächsten Mal.